Hallo liebe Sieferweitsuser, willkommen zur Verlosung für den IAG Wissensbörse und ich habe uns Unterstützung mitgebracht. Sohnemann Robin, der die Glücksfee spielt und der andere Sohnemann steht hinter der Kamera und filmt das ganze. Also wir haben vier Leute, die sich beworben haben. Kannst du mir mal helfen Robin, der ist zu klappen. Einmal so und einmal so. Und dann schmeißen wir es in den Topf. So, und der Robin tut jetzt fest umrühren, macht die Augen zu und zieht eine Karte raus. So, der erste Gewinner heißt Roland 1. Herzlichen Glückwunsch. Nächster. Auge zu. Der nächste Gewinner heißt Bauko. Herzlichen Glückwunsch. Und nochmal. Oh, ich tue nochmal umrühren, richtig. Und der dritte Gewinner heißt MHUT98. Den drei Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Wir ziehen mal den vierten auch noch. Farsi Mario hatte sich auch beworben. Leider nicht gewonnen, aber wir versuchen vielleicht auch eine vierte Karte zu organisieren. Also Termin noch frei halten. Also allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Wir freuen euch, euch zu sehen. Wir freuen uns, euch zu sehen an der IAG Wissensbörse von 10. und 11. November 2014. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Tschüss.